Die Kampfergurbeln-Gruhlklasse ist 64 kg. In der Rosenberg, Kreuzel, Bayer-Generäusche. In der Berührung, der Bösen, der Rundfunk. Applaus 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Das war's für heute. Der Schwarz wird dreht K.O., weil der Rauch hat keine Kondition. Ich bin immer mit drauf, aber ich habe immer eine gute Kondition. Ich bin Spätstarter gewesen. Früher war das bei mir auch so, aber jetzt nicht mehr, jetzt werde ich schneller. Früher, ich trinne zwei Stunden, mein Gesicht hat sie getroffen, ich weiß. Die haben bei mir früher, das ist schon mal. Über zehn Minuten, dann haben wir geguckt. Drei Stunden rein, er hat schon einen Kopf, ein Schweizer. Ja, ist so. Aber jetzt hat sie das bei mir geändert. Jetzt kommen wir ganz schnell. Das ist schlecht, ne? Ja, eine Stärke zu schicken. Komm! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 So! Ja. Ja, ich bin da. Aber ich bin ganz klar. Ich kann nicht nur anmerksam sein. Ja, ich kann nicht mehr. Applaus 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 Ich weiß nicht mehr, dass letztens heute auch eine Einlage kam, der hat die Nase nur gemacht. Du weißt schon, die wurden nicht raus, aber erst an Eulen gewonnen. Ich weiß nicht, dass die Worte, aber das Zweifel ist ein guter Schlag. Die Schmerz-Heil. Geh, 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 geh! 1, 2, 1. Applaus Wie wenn der die Hand hochhebt? Wenn du runter gehst, mit einem Knie den Boden gehst und die Hand hochhebst. Dann darfst du dich auch im Ring sprechen. Dann willst du dem Ringrichter ja was sagen. Entweder du hast Schuhe aus, der Kopf wird die Hose. Oder was du nicht sagen sollst, oder der Haut zu tief. Kannst du dann auch halten lassen. Indem du dann mit mir fangst. Als Treffer, wenn du ihn beschleunigst. Ich zeig's ihm an. Ja, dann stehst du. Wie Kitsch, diese Sachen. Ein Theorieunterricht. Die Theorie wird funktioniert. Gerade im Ring, den Namen. Wenn sie so reden, denk ich mir noch, dass ich eigentlich nur drauf bin. Ob ich auf der Straße bin. Ja, so ungefähr ist das auch. Ich kenn jetzt gar keine einzige Sachen. Ich hoffe, da gibt's noch viel. 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 Vielen Dank.